Und da sind wir wieder, in einer weiteren lustigen Runde mit unserer Xigar Sandra wieder. Das machen wir da. Wir schauen uns dieses Objekt jetzt an. Und gehen uns synchronisieren. Na, warum ist ein Bärli? So, was ist das? Dann machen wir den fertig dann, ne? Warte, warte. Jetzt. Zack. So, beruhige dich. Digga. Dann, 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 Kassandra, Kassandra, Kassandra. Immer ein bisserl synchronisieren, Kassandra. So. Oh, verdammt. So. Da. Einen Hufschmied haben wir da noch. Mann, die sind ja richtig gut, ne? Da schmal alles weg, ne? Schmiede da. Unbekannte Ort. Und zack. Wir haben schon wieder die nächste Mission, ne? Zack, herab. Salto. Und jetzt schon los. Mit den? Wir müssen ja gleich mal Level... 21 werden wir jetzt, ne? Halt. Was? Entferne und eliminiere den Zweig der Augen. Ah, okay. Das sind die, die gar nicht kluften Typen, ne? Kluftis. So. Eine Höhle haben wir da. So. Egal, was sagt man? Da ist nichts drin, ne? Oder irgendwas Gefährliches? Nein. Nein. Einfach die Kiste holen. Okay. Wann geht's da rein? Da ist der Spalt. Halt, da ist der Spalt. Passt auf, das ist nicht. Äh, nee, ich wollte's. So. Hallo, Lieblings, die Kassandra. Ich bin vier und einzig. Und... Meine Hobbies sind herumtätern, schießen und mit Bären spielen. So. Alles erledigt, ne? Aha, da ist ja was Geheimes. Ui. Da Krokodile. Nö. Okay. So ruhig hier. Ich bin gar nicht gewohnt. Ist das eine Falle oder so? Schaut nach Falle aus, oder? De Fakt? Ahhhh. Mhm. Die Kratten doch durch den Boden einmal. Vielleicht funktioniert das, ne? Ey, Kassandra, schau das Licht ein. So. Ich hab das nicht verflügbar ist, klar. Ich hab das nicht verflügbar ist. Ich hab das nicht verflügbar ist. Ja, das ist aber so. Ja, das ist aber so. Dann müssen wir tauchen. Ja, da muss ich tauchen. So. Und tschüss. So. Was ist denn los? Nix. Nix. Schmier oder hier? Nein, da ist nichts drin. Da gibt's kein Dundel oder so? Nein? Nein? Okay. Kaltes, klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. So. So. Da war was. So. Ja, ist ein Klumpen. Da lassen wir uns nicht klumpen, ne? So. Okay. Ist das für eine Schmiede da? Ja hallo, wer bist denn du? Was kann ich für dich tun? Was machst denn du da? Verkaufen. So. So. Boom. Mit der Base. Boom. So. Wir verkaufen mal das ganze Glunter da. So. Äh. Verkaufen haben wir jetzt eh alles, ne? So weit. Da. Na. Die legitären Sachen kann man gar nicht verkaufen oder was? Okay. Ah. Mhm. Mhm. Was ist denn das für ein Schmied überhaupt? 400 Scheiße, Alter. Boah. Wir müssten fast einmal den Speer wieder da ein bisschen upgraden, ne? Ah. So. Okay. Gib her. Na 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 na. So. Ich will keine Banane. Na na. Ich hab Schnelle. So. Das könnten wir eigentlich auch upgraden. Das Teil. Hm. Aber ja. Mein schwächster. Glied. Ach. 17. 17. 17. Bogen ist... Ist auch nur ein 13er Bogen ausgebildet. Ach so. 17. Das ist der schwächste Teil eigentlich, ne? Wir brauchen... ... bessere Rüstung, ne? Na. Später. Kaufen. Was gibt's denn so schönes? Oder was? Legendäres oder so? Rein wird. Holz. So. Na, wie teuer ist das? Wenn wir's alles kaufen? Na ja. Kauf mal. So. Pfff. Pfff. 40 mal Hund. Das sind 4.000 irgendwas oder so. Na. Na, kommt schon hin? Na. 3.000. Ne. Das ist mir zu blöd. Haben wir genug Leder eigentlich, ne? Okay. Das ist auch teuer. Sehr teuer. Komm jederzeit wieder! Hm. Wir haben jetzt ein Spiel verbessert, ne? Eigentlich. Dann dürften wir noch längere Zeit die Ruhe haben. So. Sind da. So. Jetzt schauen wir einen an. Dann haben wir uns Eisendorf versteckt, ne? So. Was macht denn der da unten? So. Okay. Okay. Ich bin dran. Pff. 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 Na ja. Schau mal weiter. Muss' mir aus der Höhle mal finden, ne? Geht's da raus? Ja, da geht's raus. Onkel Klaus. So. das ziel spiel mit bril und sein nächstes ziel ich bin es Kassandra ist jetzt nie viel Kasperler da unten so schauen wir mal was haben denn die da verstecken so da ist der Astler da ist auch sowas da ist der Hufschmied so nochmal schauen da unten ich bin auch mal fertig ne wie ist euch ha ich tut es mir gar nichts ich muss euch gar nicht weh tun Alter was hast du jetzt gesagt boah ich geh eng komm her da oh Sparta du brauchst mir nichts erzählen Sparta ich bin Sparta ja komm her mal so das ist unfair so da näher da zack weil der meiner sitzt und raus hier da so so wo ist denn der Kollege da der niedergeschlagen so anheuern schauen wir mal was der kann oder was ich biete dir ein besseres Leben als das komm mit mir so was hab's denn da versteckt Burschen mhm kling kling ein Pferdchen haben sie da ne bissl mau da kling da ja ja Olivenholz hab's gefunden na ok super na na was für eine Blamage aufsitzen und los da 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 Alter was ist denn das für scheiß Pferd alter so 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 Wolfi komm her komm her komm her so na Kassandra na 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 so auf der wilder Eber na boomstie Stufenaufstieg ja geil das passt genau na warte mal ähm dann das dann tun wir das was kommt jetzt da Feuerschaden so na na da hat ein Attentat was denn da Attentat giftete Angriffe okay das not dark hat hat um sam Hier, da kannst du einen Begleiter holen. Okay. Ja, das schaut gut aus. So. Okay. So. Muss ich das jetzt auswählen? Warte mal, warte mal. So. Quest, Inventar. Was haben wir da? Oh, yeah. Neue Pfeile. Maximale Herstellung. Dankeschön. Und, wie kann man jetzt da Pfeile wechseln dann? Oder soll es versäumt werden? So weit aufpasst. Super. Herz und Sohle. Ich bin jetzt Konsole. Hm. So. Skiviertel. Da haben wir auch ein paar neue Spasten in den Kasten. Entlassen. Entlassen. Ne. Oder sammeln wir lieber die Dinger, ne? Die, die stärkeren Gegner. Oder uns kommt der Quest-mäßig. Okay. Hm. Alpha. Ach du Scheiße. So. So. Mam bam 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 bam. Der wilde Eber. So. Das ist Frau Sau. Das ist Frau Sau. Na. Und tschüss. Hm. Ui. Das andere hat wieder aufgemischt. So. Das haben wir. Das haben wir. Okay. Und dann. Wissen wir. Boah. Das da erledigen. Okay. Hm. Eieieiei. Wie eine Maschine. Wie eine Maschine. Din 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 din. Hm. Bumm. Din 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 din. Din 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 din. Hm. Da 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 da. Icarus. Icarus kriegt eine Nuss vom Hirn. Die Filpe, ne? Ist der jetzt am Leben oder ist der gestorben? Messe. Das ist ja so eine Frage jetzt, ne? Wo sie mich frage. Und so. Oh. 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 Ja. Das Popcorn geht wieder die Runde, ne? Oh. Da sind ja ein Haufen Arschgeigen unterwegs. Warte mal. Sind da. Sind da weh. Da ist okay. Ja. Hm. Sauna. So. Ah. Da. Ein Hirsch. Okay. Okay. Wir gehen da hin. So. Was haben wir da? Ein Stoppflach. Ja. Ja. Hm. Sie sind da halt so. Super so. Na. Tor. Gut. Bewusst müssen wir da jetzt rein. Ein Krötengebein. Oh. Ja. Du wirst jetzt alles machen. Oh. Oh. Nein. Du wirst jetzt alles machen. Oh. Bei mir ist die Luft rein. Bewegung. Wir brauchen eine Spur. Wir kriegen Sie. Ne. Ehm. Ehm. Ne. auch nur jetzt kommt er hier wieder aber wir finden sie jetzt so anziehen ist das ein bug mäßig Nach Meldung, Soldat. Hier ist überhaupt niemand. Wir haben bisher noch jeden getötet. Wir sind nur die Töne, Armonik. Hoppala. Da ist er. Krieg ich mal. Angriff! So. Das ist ja gar nicht mal so blöd, oder? So. Advent, Advent. Spatana brennt. Zuerst eins und zwei. Hoppala. Und tschüss. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich helfe dir suchen. Bin dabei. Haben wir was angestattet, ne? Haben wir gedacht, da müssen die Superheroes da, ne? Was hast du? Ich sehe keinen. Ich kann jetzt die, die die Fälle umstellen. Ähm. Äh. Äh. Ne. Warte mal. Warte mal. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hä? Äh. So. Ein Holz. Das ist aber blöd, ne? Warte mal. Was haben wir da? Shopping. 200 Punkte haben wir da. In Besitz. In Besitz. Was haben wir da? In Besitz. Was ist in Besitz? Okay. Okay. Ah. Ah. Was haben wir? Das haben wir. Okay. Felix gibt es. So. Zeitersparnis. Vorsicht. Kann man das? Heute? Preis die... vollständige Karte, Paket. coupá. Karte der informativ. Toffeln, okay? Parec impale? Okay. Ist das genau so gemacht, dass du das nicht kriegst... äh anscheinend, Schiffe. B семьi. Ein legendäres Beispiel. Poseidon. Zerschmetterer. Ausrüstung. Pakete. Tausend. Tausend. Erweiterung. Das kommt erst. So. Ja, Sandra. Ich weiß. Da draußen ist ein Scheiß. Warte mal. Wie gehen wir das am besten an? Wie können wir da... Na. Ja. Augen auf und mach sofort Meldung. Hier ist niemand. Weiter machen. Okay. Ja, die ist weg. Mal Lackes. Nächstes Mal lass ich dich nicht im Stich. Scheiß, die wandern. Okay, mal wandern. So. Wir müssen das mal von außen anschauen. Oder Icarus. Warte mal. So. Okay. Da haben wir eine Schatzkiste. Das Leuchtfeuer brennt auch. Ja, ganz toll. Ja, das haben wir richtig verkackt jetzt gerade, ne? Das sind extrem viele, alter Schwede. Das ist scheiß Kopfgeldjäger da. Wow. Sind wir denn im normalen Modus jetzt, oder wie? Na? So. So. Wann da? Okay. Cool. No. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Okay. Nein. Nein, nein. Ich habe kein Problem damit, dich auszuschalten. Ich schon. Ah, guck. Wir fahren gleich. Nice. So. Fertig. Saber. Ryla. Nein, 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 nein. Wir sind denn der Überzahl? Ich bin doch nicht das Tapfer Schneiderlein. Schmeiß, Nobi. Schmeiß, Nobi. Scheiße. Kassandra. So. Scheiße. Kassandra. Auf die Fliege. Bitte. Oh ja. Boah, das war knapp, Kassandra. Das war richtig uns Arschlecken, ne? Wie man so schön sagt. Die Kopfgeldjäger, jetzt gehen wir im Arsch wieder. Da. Kann man die jetzt runter, oder? Nein, gell. Das ist wieder ein schwieriger Kampf. Ein Krampf ist das, ne? Wie es ja schön heißt. Na, 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 na. Geil. Das kann ich knicken. Ja. Wie macht das da? Dann brechen wir mal ab da, ne? Muss ja nicht immer Volker sein, ne? So. Frau Kassandra ist wieder genesen. Und außer Spesen war nichts gewesen. So. Sie ist kein Pekinesen. Ah, Alter. Und dann Sarp. Sarp. Mhm. So. 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 Ja, ja. Und gehen wir. Über Stock und Stein. Der Weg wird nicht leicht sein. Ein wilder Leopard. Wo ist er? Der wilder Geopard. So. 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 Schläge sie. Bleib der Steine. Da. Nehmen wir den halt, ne? So. Kopfschuss. Ah, da ist er wieder. So. Boom. Wo läuft der denn hin? Geht über Sportl letzten oder was sind? Krallen oder was? Oder was? Gebe nicht ewig Zeit. Wir haben eine Rande da. Du bist jetzt beruhigt. Boom. So. Wie? Kassandra, hier kommt. Gefliegt. Gibt es dir irgendwas? Oder nur ein Tötungsauftrag? Jetzt fehlt uns nicht mehr das Spitzzettl, dann das Witzzettl. So, zack. 600.000 Kilometer drüber. Jetzt haben sie eine Kiste, da versteckt sich. Ne, das ist ein, egal. Was episches haben wir da, ne? So, rauf da. Scheiß, die Wand an. Ich, die Wand an. Kollege Braunschweig, wie schaut sie aus? So. Hoppa, da bist du umgeflogen. Ella. Ella, reiß dich zusammen. Ja. Und, hui. Hoppala, Ella. Marlaka. Ella, Marlaka, Marlaka, Ella. Ella, Marlaka, 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 Ella, Marlaka. Durchsuchen. Sehr gut. Jetzt vergisst man ihn immer, ne? Ja, okay. So. Wie hot. Donch, ich hot. Donch, ich hot. Wie hot. Das schaut aus wie ein epischer Sonnenuntergang oder wie. Aufgang, ich weiss gar nicht mehr. Jetzt hab ich gerade aufpasst. Los. Ah, okay. Wir sind schon wieder hinter uns her, ne? Die Wölfe, oder was nicht mehr. So. Los. Wollen wir schwimmen? Hoppala. Mallaka. Zeit zum Haarsen. Wer schreibt denn da? Was ist mit dir, Alter? So. Hm. Da sind die beraten. Takt. Tak, tak. Ah, okay. Warum sind die animiert schon jetzt irgendwie? Ich weiß nicht. Warum? Das finde ich nicht so sexy gerade, ne? Wo ist denn der Hund? Da komm her Aber da No So Du jetzt So Was ist mit dir? Oh Was ist denn mit der Eichloss? Geht's in ihr hin, spazieren Hä? Du bist erledigt Warum? Wie ist mit Eich? Hier kann ich weit sein Ja, komm her mal Mal lacher Alter Geh mal so ein Pisser, ey So Lass mich jetzt mal rein Okay Findet diesen verdammten Abschaum Keine Sorge Uns entkommt niemand so leicht Ich auch Hoppala Das ist ja nice So Durchsuchen Aufhören Kann man sich jetzt nicht rekrutieren oder so So Wo? Heule Geschmissen Ist er Ja Geh schlafen So Tätig nicht Sein Tod wird mir sehr viel Freude bereiten Mie 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 Wo bist du? Ich seh's nicht Da Hallo Da Ein Stückchen höher Meine Technik ist super, gell? Ja Schau mal Meine Technik, Alter Meine Technik, Alter Ui Look it up Das besticken hier oben Na Na So Du stinkst, oder? Kann man sich jetzt anholen? Ja, so Schließ dich uns an Sehr gut Du bist durch und durch Seemann Genau wie ich Ich werde dich entlassen gleich So Da oben haben wir noch einmal So Dann ist Sucht Ausstrahl So Hau Guck Sehr gut Gesandter Bis mit dem So Du hast es nicht verdient Oula 3DH Zack Warte mal Warte mal So Jetzt haben wir's Ne Okay Was haben wir da Eigentlich Versteckung Was hab's denn da Versteckt von mir So Einen Schatz Einen Schatz Hab's von mir Versteckt Den Musikler holen So Hab's denn den Pfarren Aufbaut Na So Du ist zu Hing Kling Kaching Kaching Naja So ist das Mit der Kassandra Die Olle Spenatwuchtel Oula Oh das sehen wir uns Nächste Folge Bis weiter geht Mit der So Zack